Let's Play The Walking Dead Und damit heiße ich euch zu einem neuen Let's Play Herzlich Willkommen Und wir sind ein Häftling Was wir verbrochen haben, weiß ich nicht Aber wir wissen, dass The Walking Dead Rasante Action bietet Wie kommt der denn jetzt darauf? Also, warum sagen sie das? Warum sagst du das? Ich habe ein paar Freunde nach dieser Prisole Herr weiß, wie viele Es ist meistens jetzt, dass ich das nicht gemacht habe Hm Nicht von mir Nicht von mir Der schon etwas älter ist und gar nicht mal so unfreundlich wirkt Ja, reden wir doch mal mit ihm weiter Wir können den Rückspiegel betrachten Was denken sie also? Was denkst du? Ich bin nur glücklich, dass ich die Wahl und nicht die Ordnung habe Ein großer, verrückter Trial wie das Selbst wenn du innoßt war Ein vieles, was passiert ist, kann niemals aufgeteilt Ich habe einen Apfel auf der UGA Hast du da lange gelernt? Ich habe eine 6. Jahr Habt du deine Frau in Athens? Willst du wissen, wie ich es sehe? Hm, ok, hören wir ihm mal zu Ja Klar Insofern Es könnte sein, dass du einfach die falsche Frau verhätst Ja Oder sie hat den falschen Mann geheiratet Mein Helikopter Oh mein Gott, was ist denn hier los? Huh Ja 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 Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Hörbar. Scheiße, mein Knie. Hey! Hey, Officer! Sind Sie okay? Ich bin immer wieder zurück. Ja, so gesund sieht er nicht aus. Eine Schrotflinte. Wieso hat er seine Schrotflinte aus? Vielleicht wurde er während der Schrotflinte aus dem Auto gescheitert. Officer? Oh, das sieht nicht gut aus. Er wurde nicht aus dem Auto gescheitert. Wieso? Handschellen. Wir müssen hier irgendwie raus. Durch das Fenster. Komm schon. Tritt. Wir kommen durch. Und noch einmal. Okay. Ich brauche mich selbst aus dem Fenster. Gut. Raus hier. Aber schnell. Komm. Boah. 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 Ach du Scheiße. Hier sind wir runtergestürzt. Oh Mann. Der Officer sieht wirklich nicht gut aus. Ah. Okay, wir können laufen. Das ist schon mal gut. Können wir die Schrot nehmen? Nehmen wir sie doch mal. Sieht aus. Es wird leichter, mit diesen Hülsen zu tragen. Officer! Scheiße! Schnell, komm! Oh mein Gott! Oh Mann, ich hab Angst, dass der uns jeden Moment anspringen könnte. Schnell, auf damit! Okay. Zack! Nein! Officer? Ach du Scheiße! Oh! Oh! Verdammt! Ja, was zur Hölle! Alter! Zurück! Schnell! Die Schrotflinte! Nimm sie! Schnell! Die Patronenhülse rein! Nein! Verdammt! Nimm sie! Nimm sie! Komm! Komm schon! Scheiße! Rein damit! Das wird jetzt weh tun! Das wird jetzt weh tun! Wow! Ach du Scheiße! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Irgendwas raschelt hier! Rechts von mir! Nein! Ach du Scheiße! Zombies! Ah! Verdammt! Verdammt! Oh Gott! Wow! Weg hier! Schnell! Komm schon! Das schaffen wir! Komm! Puh! Sind wir in Sicherheit? Da schießt jemand. Wow. Oh, gerade so geschafft. Hallo. Jeder. Oha. Was ist denn da? Ein Tee-Set. Untersuchen wir das mal. Ich fülle eine dieser Tee-Kappen mit ein bisschen Bourbon, wenn ich es kann. Keine Strecke. Ich komme nicht da oben. Diese Legge, wie es ist. Hilfe! Wer ist da oben? Da ist wohl keiner oben. Okay. Der wird uns auch nicht helfen, der Schubkorn. Komm schon. Vielleicht können wir in das Haus. Oh, unser Bein sieht wirklich nicht gut aus, wenn wir das mal anschauen. Ja, das frage ich mich auch. Ja, das frage ich mich auch. Hoffentlich ist kein Zombie dort. Okay. Machen wir mal die Schiebetür auf. Komm. Geht ihn nicht auf. Ah, doch. Sieht wohl nicht so aus. Aber wir können rein. Komm in. Nicht schrauben, okay? Ah, Gott. Hallo? Ich bin nicht ein Intruder. Oder einer von ihnen. Diese Menschen brauchen mehr Hilfe, als ich. Plastikobst. Wer kommt auf die Idee und tut sich in sein Haus Plastorobst? Auf die Idee würde ich niemals kommen. Ein Malbuch. Hm. Okay, eine Blutlache. Oh, Jesus. Oh. Ja, die Blutlache ist wahrscheinlich noch frisch. Was war das? Okay, hier gibt es sehr viel zum Interagieren. Tasse mit Wasser. Jetzt sind wir erst recht blutverschmiert. Ist hier was? Das Ort hat sich verabschiedet. Ist das ein Telefon? Ist das ein Telefon? Irgendwas piept hier. Ist das ein Telefon? Hier ist überall nichts. Ein Funkgerät. Piept das? Hm. Das könnten wir vielleicht gebrauchen. Es gibt drei neue Messungen. Aha. Und wie können wir das abspielen? Oder ist das doch das Telefon, das wir noch nicht gefunden haben? Also, ich gehe mal davon aus, dass es ein Telefon ist. Und hier ist alles leer. Oh, Mann. Zumindest brauchen wir das nicht, was sonst hier ist. Eine Notiz. Hm. Ein Baby-Sitter. Okay. Hm. Aber jetzt bitte nicht wieder ausrutschen. Okay, er war schlau. Ah, Anruf beantworte. Vielleicht ist es da etwas drin. Hä? Fünftige, Blut überall. Können wir hier nicht dran? Vielleicht ist irgendwer dort. Okay. Nehmen wir mal den Hörer ab. Hey Sandra, das ist Diana. Wir sind noch in Savannah. Ed hatte ein kleines Inzidenz mit einem verrückten Mann neben dem Hotel. So we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight. So we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine. And I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 1119 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three, left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. 911, we love you. We love you. We love you. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Okay, geht es dir gut? Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. Wo sind deine Eltern? Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Bist du in Sicherheit? Are you safe? I'm outside of my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Wow. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Whoa. Whoa, nice. Oh mein Gott Nimm den Hammer! Schnell! Oh, das wird weh tun! Tut mir leid! Oh mein Gott! Oh Gott! Ach du Scheiße! Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich glaube schon! Ich weiß nicht, ich glaube so! Manchmal kommen sie zurück! Hast du einen töten? Nein, aber sie werden oft getrunken! Wir suchen Hilfe bevor es dunkel wird! Wir müssen Hilfe finden bevor es dunkel wird! Ja, es ist nicht sicher am Abend! Let's go! Bleib bei mir! Wow, das war also die erste Folge von The Walking Dead! Ich hoffe sie hat euch gefallen! Und jetzt wollen wir natürlich erfahren, wie es nun weiter geht! Ob wir denn überhaupt Hilfe finden! Und ob es so eine gute Entscheidung war bei Tageslicht raus zu gehen! Das erfahrt ihr in Folge 2! Bis dahin liebe Freunde! Tschau, tschau, tschau! Bis dahin! Ja. Ja. Und wenn es hier anfкивiert ist, Komm her! I'm gonna get your truck pulled up right back! Shit! Let's go! Get him off! Get him off! Get him off!